Du hast glaube ich 3 verschiedene Render-Missionen und in jeder Mission musst du was anderes machen. Hier musst du glaube ich dieses Nest zerstören. Ja, das hättest schon irgendwie nach dem Hauptquartier von denen an. Kann man halt Ladung lokalisieren, okay? Okay, die war fest, die bin cool. Ah, du hast 3 von diesen Render, ich hatte mit Finca eben nur 1 am Teil. Ich hab 3, ja. Da sitzt er auf dem Boden. Ich hab ne Fahrradlein, das macht ganz viel Fertig. Wenn man nicht mit Leinen spielt. Okay, cool. Oh, die Waffe ist schon ziemlich nice, ja? Mhm. Warum machst du das jetzt? Weil wir sehen, wo die sind. Oh, weil da grad so ein Aufschildding ist. Wobei ich das auch mal machen wollte ich. Mhm. Ich hab den auch noch nie gespielt. Mal. Alter, ich schreit zwar schon ganz so geil, wenn er rein stürmt. Der schreit bestimmt auch geil, wenn der gehittet wird. Ist eigentlich auch irgendwo eine Anzeige, wo wir hin müssen? Also, bei mir hier ist Kliya. Hey, müssen wir das jetzt nur hier klieren, oder was? Ich weiß es, nein. Locate Termite Charges. Steht oben links. Wir müssen die Termite Ladung finden, die ist bestimmt versteckt. Aber hier kann man noch nirgends wo rein. Ah! Ich weiß nicht, hat sie. 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 Die müssen wir jetzt aufsammeln. Die müssen wir jetzt irgendwo anbregen. Oh Gott, hier ist ein Sticker. Ja. Ich glaube, du holst den BMW raus. Geil. Ja natürlich! Aber ich kann es nicht auf dem anstehen. Ah, der hat das Haus kaputt. Komm her, Digger! Komm her, Digger! Du hast dich vermagst, ich will hier weg! Komm ihn zu mir! Ich denke, dass er kein Auto schmeißt. Was? Und ich bin fast! Was ist der denn? Gott, rett uns! Da ist er! Loll! Oh, weh! Peter! Peter! Hat er mich grad gefällt hier! Jetzt läuft er! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! In dem einen Haus, wo er die Körner laden hat! Ich bin auch nicht! Ja, ich brauch die auch ziemlich dringend. Dann läuft er mal hin. Ja, aber da sind alles voller Monster hier. Ich glaube ich. Hier hinten! Hier hinten! Hier hinten! Hier hinten! Hier hinten! Hier hinten! Das ist auch Heilung, ja? Ja, ihr... Bitte lauft jetzt nicht alle hin! Ja, ich muss auch noch drauf reißen! Ich hab sieben! Ach, du Geläufe! Hier hinten! Oh, was ist er? Ja, ne? Da! Jetzt komm her! Wo ist das? Lauf an mir, Vater! Hallo? Oh Gott! Ich glaube, ich habe eine Ruhe! Hey, los von dem Tempo! Ja! Ah, das ist gut! Oh Gott, ich muss aufbauen! Oh Gott, die Flasht! Ich kann einen Flasht! Ich habe keine Munition mehr! Ich habe auch gleich keine Munition mehr! Ich sehe es! Heilung brauch ich keinen, nur Muni! Ey, da steht ein Kaupuni-Automal! Ich habe auch gleich keine Muni mehr! Dreht den mal mit dem Rücken zu mir! Oder irgendwie! Ich laufe jetzt einfach mit dem Eis! Ja, da föhnt mich an! Ich habe gemerkt, wenn ich einen Anschieße kommt er zu mir! Ich habe ihn nicht! Scheiße! Ich glaube, ich kann es nicht aufbauen! Nein! Ich kann es nicht aufbauen! Ich glaube, ich kann es nicht aufbauen! Nein! Nein! Also! Memo an! Nicht immer alles looten, was da so rumliegt! Ja! Das ist alles bei mir gerade gespawnt gewesen! Ich habe doch da irgendwo so ein Welchkeiten-Ding gesehen! Surprise, Kevin! Das ist kacke! Ich mach mal! Wie macht man die denn zu? Achso! Ach der Mann! Alter! Ich habe eben mit Tachanga einem am Bein geholt, als er auf den Boden gelegt habe! Und habe ihn einfach weggezogen und den Kopf abgeschnitten! Kommt man denn da rüber? Hier durch! Ah! Hier ist der Tür! Da ist ein Preacher! Ah! Da kann man reden! Ja! Köse! 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 Köhö! Köhö! Das ist Heilung, Munition. Ich bin auf voll. Nochmal Heilung. Das ist voll cool, wenn die nur so ein bisschen verletzt sind, dann kriegen die auch gut. Ja, und dann musste man Nahkampf machen. So, da soll man irgendwas deaktivieren hier bei uns. Alle Red Heater, mach mal. Das ist der Strom hier rund wahrscheinlich. Oh! Ja, natürlich, ich danke. Alter! Was? Das ist schon ein Fürst. Hm. Ah. Ah, Patient 0. Das ist doch der erste dann gewesen. Da hinten, ich Heilung. Hm, Moment. Ich muss ehrlich das Wichtigste mit holen. Ich mach mal, weil ich refill hier jetzt noch einmal. Na, irgendwo warst du nicht, ne? Da hinten sind ne paar. Ach, hier ist Muni. Hier ist Muni. Ich glaube, wir müssen das Tor mit der Termite-Ladung aufmachen. Geht einfach nur open. Soll ich mal machen? Machen wir. Gut gemacht. Reinforce. Hier, Reinforce. Achso. Hä? Ich hab... Ne. Ich hab keine Reinforce, Mann. Aber ich kann das auch nicht aufnehmen. Komm mal wieder zu, ja. Alles ist schnell. Ach, hier. Open. Das ist Patient 0's house. Hallo. Huh. Hallo. Das ist nicht. Das machen wir nicht. Dann kommen die dann aber immer alle herrn. Ausfüge! was ist denn hier los? warte mal bevor wir das machen wo kann man hier reinforcen hier gibt's reinforcements hier kann man auf jeden fall die löscher halt ja wir haben glaube ich nichts mehr ja ne warte ich hab schon wieder zwei claymots warte lass uns noch mal im oben gucken was oben so feines ist weil hier oben ist auf jeden fall money noch mal für die special ability was ist hier? da geht's nach draußen da ist ne toilette ah hier hat man reinforcen können so egal platziert das ding mal warte 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 dann geh noch aufbauen ja ich weiß willst das hier nicht vielleicht auf der treppe machen hier wo ich stehe? ja mach ich auch glaube ich da kann so schräg dass ich dann nach oben und nach unten kann bin zu fett achst nicht? ne aber warte mal ich hab grad den punkt gesehen wo ich brauch da ja wenn die nicht von hinten kommen halt ne weiß ich nicht das musst du halt probieren äh warte ne das ist mir zu da ist ne winf oh alter ist nirgends zu guten platz ja hau mal raus ok also hier oben auf dem balkon seh ich nix von außen oh wir sollen das beschützen das zwei die werden da gleich alle ranlaufen und das kaputt machen wollen ja ich kann es doch hier aufstellen das ist gut und da die Binnenappen soll es gleich mal hochgehen ich wollte zwar nämlich nach unten nach das ding ja aber ich kann es doch von hier oben aussehen ja ich guck doch raus da kommt ein creature wenn ich nur bei dir bei mir aus ich hab mal so doll an mir oh guck da ist ein entboss ein entboss ein entboss ein entboss die kussi da ist so ne kussi Ich habe keine Money mehr. Ich habe keine Ammo mehr. Könnt ihr den mal bitte aus dem Haus rausladen? Oh Gott, der kommt da durch. Der macht da einfach ein Loch rein. Natürlich passt der da durch. Da oben ist ein Money. Ja, bitte. Abschauen. Schnell den Himetorn. Was müssen wir machen? Den töten. Alter, in einem Haus, wie fies ist das bitte? Wo ist er? Weiß ich nicht. Der ist runtergefahren. Ich auch. Entschuldigung, Entschuldigung. O мыkämpf. Was ist der denn jetzt? Alter, der ist schon mal dick zu smashed. Heiler smashed. Alter... Guck mal den Commander da hinfahren. Aber ich sehe mich von hier unten leider nicht. Ich bin die Warte! Ich wusste gar nicht, dass man das Tachanka im Gilea schießen kann, weil das ist gleich leer. Das ist der Tachanka im Gilea, keine Ahnung mehr. Ja, warte, ich muss. Kann man da weppen? Nö. Ah, ehrlich. Warte, ich fülle dann auf und hat es wieder. Ja. Die brauche ich auch nochmal, ich habe 56. Ammo und hier, gibt es hier irgendwas für diese Special Ability? Montiert ist LMG nicht vorhanden. Ich will das abbauen, Kollege. LOL, ich kann es nicht mehr benutzen, weil es leer ist. LOL. Oh, da hinten sind Dinger. Hier. Mir ein neues. Ich habe keins bekommen. Was? LOL, warte, ich muss gucken, ob ich das irgendwie abgebaut bekommen. Vielleicht steht es auch da scheiße auf den Holzlatten. Ich denke, hier wird sowieso jetzt ein Lade-Screen kommen, Kevin. Ich kann es nicht abbauen. Nicht. Okay. Ein Ping an einem Roach markiert ihn für kurze Zeit für dein Team. Aber bitte nur ein einziges Pin. Tachangas Geschütz glänzt in Stellungskämpfen, macht seinen Rücken aber leicht verwundbar. Habe ich gemerkt. Ich wusste nur, dass er dich geklettern kann. Also für Tachanga muss ich sagen, dass LMG da eigentlich perfekt war, der ist dann mal irgendwie runtergefahren. Der kam da nicht hoch. Mhm. Ja. Sehr schön. Aber guck mal, da hat nicht ganz viel Heilung. Was würde mir das sagen, dass wir gleich zwei von uns wegkriegen? Ja, da hinten kann man auch was starten. Guck mal, da geht es hoch. Aber guck mal, da hat nicht zweimal Heilung. Ja, und ich glaube, das bricht hier durch. Das sieht irgendwie... Oh! Die machen nur vier Damage. Ich positioniere mich hier. Hier oben ist auf jeden Fall auch ein... Hier kann man zumachen. Aber nee, warte. Loll, wie schnell man die Türen schließt! Ne, ich bau das wieder ab. Das Starten ist jetzt zu weit weg. Loll! Ich will das auch mal machen. Achso, ich seh's. Ja, Eintritt, ne? Oh, wie schnell man die aufreißt. Das muss man machen, das sieht voll witzig aus. Hallo! Okay, ich denke, hier werden die drüber kommen. Das ist auf jeden Fall nur eine Arena hier. Das ist ein reiner Arena. Ja, und da hinten liegt zweimal Heilung. Das heißt, es kommen bestimmt zwei Dicke. Ich drück da unten mal auf Start. Ja, ich bleib, ich bleib hier oben. Geh mal weg. Hau rein. Ich habe Angst. Okay. Warte, ich guck mal, ob mein Winkel stimmt. Bis dahin. Ne, warte, ich muss noch ein bisschen drehen. Du kannst dich ja auch da direkt reinstellen. Ja, aber dann seh ich ja nicht so viel. Warte, ich baue mir hier mal einen Schlitz hin. Achso. Wow, das ist eine kleine BB-Claim. Wann hat der Chanka eigentlich Claim-Wars? Ja, das ist nur in dem Mod, glaube ich. Achso. Okay, hau rein. Okay. Ähm, hier steht zweimal Start, ne? Lol, ja. Da hinten auch. Muss man die beiden? Ja. Das Schnurren eines Diesel-Aggregats. Die gehen bestimmt aus, die Dinger. Ja, die hauen dann auf, Scheiß. Was? Den Kran aktivieren. Da müssen wir aktivieren. Mach mal. Du kannst den Dicken bestimmt anziehen mit dem Magnet. Natürlich! Hinter mir oder was? Oh, ich muss auch vor, ich stehe total falsch. Ich hätte nicht gedacht, dass du damit recht hast, dass die hier rüberkommen. Oh, ich weiß, wo ich jetzt hingehe. Oh, von da war ich auch! Oh Gott, die geht dann auch da drüber. Wir können die aber bevor... Oh, wuller gefallen! Äh, scan hetíd prum? Wir können die aber bevor... Meine Zeit ist klar! Kann ich auf das Brotis bauen? Ja. Nee. Oh, das ist aber leicht. Man kann sich durch eine Maschine anschauen. Oh, ich habe zu flasht. Ich habe gedacht, ich habe... Kanaden mit. Oh, guck mal! Wir müssen die Generatoren unterstauen. Okay, alles klar. Hier braucht man sich auf. Da kommt was. Oh, hier ist so ein Fürst. Wen ist hier so ein Fürst? Ich habe ihn gemerkt. Oh Gott! Nein, nein, nein! Okay, ein Breacher vor der Linse haben das Backe. Oh, noch ein Breacher. Der hat mal am G gesprengt. Oh! Oh, noch kommt das Backe. Es kommt noch mal so ein Scale. Oh, unten! Alter. Wir haben keine Milizierung mehr! Irgendwo hat ich jetzt noch gesehen, dass es hier dieses neue Ability gibt. Was hab ich hier? Da. Ja, ich trink da durch, kein Dings. Jetzt hab ich einen. Mein Geschütz muss erst zerstört werden. Verheilung liegt da noch? Braucht ihr noch irgendwas? Hab alles. Oh, hier gibt's auch nochmal. Aber das würde ich noch nicht nutzen. Oh nein, das sieht aus, als würde einer durchbischen. Das ist glaube ich dieses Nest. Die wir beschützen müssen. Die Flaschen. Will ich wieder so viel Heilo? Und Barricades, jede Menge. Hier unten ist dieses Plan, was wir, glaube ich, beschützen müssen. Ja, hier ist auch ein Plan. Dann sollten wir unten vielleicht alles zumachen, was wir können. Wo war die Reinforce? Unten, im Erdgeschoss. Ah, das sind eine Menge Reinforce, sehe ich gerade. Ja. Machen wir hier mal die Außenwände zu. Oh, kann man nicht durch die Wand tun. Oh, zwei hab ich jetzt. Genau. Das geht nicht, ne? Was? So, ich hab jetzt noch eine einzige. Ja, ich auch. Hier. Ja, hier geht noch. Wir wollen mal die Tür zu. Platzieren wir wahrscheinlich eins nach dem anderen, ne? Das ist ja... Ja, das reicht aber nicht. Ist hier vielleicht noch irgendwo eine einzelne Wand? Hier. Aber die ist unnötig. Ah. Komm, platziere einfach mal da. Ich baue dann hier oben auf. Wo da oben, oder was? Ja, dass ich genau drauf seh. Wo soll ich die denn machen? Ich kann hier hinter dir noch eine machen. Ja. Achso. Ne, ich mein platzieren hier. Die Bombe. So. Mal gucken, wo ist Heilung, wo ist Ammo? Da ist Ammo. So. Hier ist Heilung. Unter euch auf dem Auto liegt Heilung. Mhm. So, und was sollen wir hier jetzt genau machen? Hier platzieren. Alles platzieren? Auf einmal wird die Schnee... Musst du aber, glaube ich. Och, ne. Dann hau raus. Warte, ich mach hier nochmal ein bisschen schneller Sensor. Kann man nicht. Ich hab schon begonnen. Ich bleib hier. Ich bleib hier unten. Weil hier ist ein Fenster und da ist die... Oh, hier sind wir schon. Ich fängst schon so lange drinnen. Ach du Scheiße. Ich versuche diese Versorgung. Ich versuche die Bolle den Bolle. Und dann. Ja. Kann ich nur anschauen? Ja. Und jetzt werden sie mit demnach ist. Our style's on the charge! Creature bei mir! Reloading! Reloading! Ich brauch money! Alter! Oh, bei mir schon wieder so ne Tutsi! So ne Wursi Tutsi! Hapsche! Ich brauch money! Wursi Tutsi! Man macht das Spum! Oh ne, ich bin schon wieder im Pinchern! Oh Gott, bei mir geht's ab! Ich hab nur noch halb Schuss! Nein Ich hab zusammen mit den Koge. Oh Gott, ich schliere ihn! Ich hab den gerissen! Ich habe ihn 8-8-9-10-11. Oh, warte, das ist noch möglich. Oh, da kann ich ja das machen. Hier, hier! Was muss ich denn machen? Das war die Geekteer-sauberen. Ist er tot? Ja. Oh, ich habe die Kamera. Cool. Ah, das ist die Kugel aus dem Wind. Ah, das ist die Kugel aus dem Wind. Ah, das Schiff klopft. Ich habe geklopft. Bei mir habe ich geklopft. Scheiße.